Bio-Botox wird als der letzte Schrei beworben. Sofortige Mimikglättung, eine giftfreie Alternative, Botox-ähnliches Ergebnis, naturkosmetikkonform und vegan. All das klingt ja phänomenal, natürlich, bio und trotzdem faltenglättend. Das klingt ja wirklich verführerisch, oder? Naja, lass uns das mal durchgehen. In einem anderen Video hast du ja schon vom konventionellen medizinischen Botox gelernt. Wenn du das noch nicht gesehen hast, dann klicke jetzt zurück und schaue dir dieses Video an, weil das ist als Grundlage für das jetzige Bio-Botox-Video ganz, ganz wichtig, sonst kannst du mir nicht so gut folgen. Nur kurz zur Erinnerung. Das medizinische Botox wird ja lokal injiziert, um die Schnittstelle zwischen Nerv und Muskel zu unterbinden. Also, dass die Neurotransmitter nicht übertragen werden können. Dadurch kann der Bewegungsimpuls vom Gehirn nicht zum Muskel gelangen. Der Muskel bewegt also nicht. Die Haut, die ja mit dem Muskel verbunden ist, kann dadurch auch nicht bewegt werden und es bilden sich dadurch keine Falten. Botox ist aber nur für dynamische Falten einsetzbar. Also jene Falten, die durch die Muskelaktivität entstehen. Ganz typische dynamische Falten sind die Stirnfalten. Wo Botox zum Beispiel nicht einzusetzen ist, ist für die Nasolabialfalte. Bei Botox ist es enorm wichtig, dass es in der richtigen Dosis an die richtigen Stellen gelangt und nicht zum Beispiel an wirklich wichtige Muskeln, wie zum Beispiel die Augenmuskeln. Das heißt, es ist wirklich enorm wichtig, dass Botox wirklich nur von geschultem Personal injiziert wird. Denn Botox hemmt überall dort die Muskelfunktion, wo es injiziert wird. Und würde es jetzt an die falsche Stelle gelangen, würdest du im schlimmsten Fall zum Beispiel deine Augenmuskeln nicht mehr verwenden können und deine Augen nicht mehr öffnen und schließen können. Wenn Botox von geschultem Personal injiziert wird, ist das aber nicht gefährlich. Aber dieses Beispiel war jetzt wichtig, damit wir Bio-Botox jetzt besser verstehen können. Also kurz zusammenfassend. Erstens, Botox hat eine wirklich starke Wirkung. Es hemmt überall dort, wo es injiziert wird, die Muskelfunktion. Zum Beispiel auch bei sehr wichtigen Muskeln, wie den Augenmuskeln, wenn es dorthin kommt. Zweitens, aufgrund der starken Wirkung darf es wirklich nur von geschultem Personal injiziert werden. Stell dir vor, jede Privatperson könnte sich einfach Botox irgendwo spritzen, ohne irgendwelches Vorwissen. Das wäre höchst fahrlässig. Okay, das war jetzt alles wichtig, damit du jetzt das Bio-Botox besser verstehen kannst. Gut, das Bio-Botox wird ja als vergleichbares Produkt zu Botox beworben. Und es verspricht eine sofortige Mimik-Glättung. Das heißt, nehmen wir mal an, es ist tatsächlich ein vergleichbares Produkt zu Botox. Botox hemmt ja, wie wir wissen, die Übertragung zwischen Nerv und Muskel und hemmt somit die Muskelaktivität. Das heißt, das Bio-Botox, wenn das ein vergleichbares Produkt ist, so wie die Werbung verspricht, dann müsste es eine ähnlich starke Wirkung wie das konventionelle Botox haben, um diese sofortige Mimik-Glättung zu bewirken. Das heißt, das Bio-Botox müsste dann, ähnlich wie das konventionelle Botox, die Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel unterbinden. Das medizinische Botox wird ja mit Spritzen injiziert, damit es wirklich nur an den Zielort gelangt und nicht woanders. Denn gelangt es woanders hin, kann es dort, wie wir wissen, auch Schaden anrichten. Das heißt, es ist wirklich enorm wichtig, dass es nur lokal mit Spritzen injiziert wird. Das Bio-Botox hingegen wird ja als Cremes und als Serien verkauft. Das heißt, die Bio-Botox-Creme wird von außen aufgetragen. Somit ist es höchst unwahrscheinlich, dass diese Creme, diese Wirkstoffe, die da drin sein sollen, wirklich an den Zielort gelangen. Denn der Zielort von Botox ist ja die Übertragungsstelle zwischen Nerv und Muskel. Und diese liegen tief, tief, tief unter der Haut. Und es ist somit nicht möglich, dass die Creme, also die Wirkstoffe von der Bio-Botox-Creme auch wirklich dorthin gelangen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ja auch der Grund, warum das medizinische Botox mit Hilfe von Spritzen injiziert wird, damit es wirklich sehr genau an den richtigen Zielort injiziert werden kann. Und wird deshalb ja nicht als Creme einfach so von außen verabreicht. Das ist der erste Grund, warum das Bio-Botox als Creme einfach wirklich zu nichts taugen kann. Das heißt, wenn wir annehmen, so wie uns die Werbung verspricht, dass Bio-Botox einen ähnlichen vergleichbaren Effekt wie das medizinische Botox hat, dann ist das Medium der Creme absolut unpassend, weil es gar nicht an den Zielort gelangen kann. Aber gut, nehmen wir mal an, dieses Bio-Botox würde tatsächlich auf magische Weise tatsächlich an den Zielort gelangen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber lassen wir uns jetzt mal auf dieses Gedankenexperiment ein. Wir nehmen also jetzt mal an, erstens die Bio-Botox-Wirkung wäre ähnlich stark wie das medizinische Botox. Und zweitens, es würde tatsächlich auf magische Weise an den Zielort gelangen, beides sehr unwahrscheinlich, aber lassen wir uns jetzt mal auf dieses Gedankenexperiment ein. Dann würde dieses Bio-Botox ja tatsächlich überall dort, wo es hingelangt, die Muskelaktivität stoppen. Denn es hat ja, wie die Werbung verspricht, eine sofortige Mimik-Glättung. Da wir uns jetzt als Konsument dieser Creme ja denken, ich möchte ja alle Falten im Gesicht weg haben, deswegen schmiere ich die Creme überall im ganzen Gesicht hin. Da die Bio-Botox-Creme ja in unserem Gedankenexperiment und laut Werbung eine sofortige Mimik-Glättung hat, stoppt es deshalb überall dort, wo es aufgetragen wird, die Mimik, also die Muskelfunktion. Und da wir die Creme ja als Konsument im ganzen Gesicht aufgetragen haben, stoppt es die gesamte Gesichtsmuskulatur und wir können unser Gesicht nicht mehr bewegen. Juhu, keine Falten mehr, aber auch keine Gesichtsmuskelfunktion mehr. Das heißt, kein Augen öffnen und schließen mehr. Der Mund ist nicht mehr zu schließen, das heißt, der Speichel tropft dir aus dem Mund. Du kannst nicht mehr schlucken, weil ja auch diese Muskulatur gehemmt ist. Du kannst auch nicht mehr sprechen, weil die gesamte Mundmuskulatur durch das Bio-Botox gelähmt ist. Hm. Du kannst auch nicht mehr kauen und auch nicht mehr sprechen. Juhu, alles Dank Bio-Botox. Somit wäre dieses Bio-Botox, wenn es tatsächlich wie in der Werbung versprochene sofortige Mimik-Glättung hätte, tatsächlich gefährlich und fahrlässig, weil es, wenn es die Funktion hätte, wirklich unsere gesamte Gesichtsmuskulatur stoppen würde. Hätte Bio-Botox also tatsächlich die versprochene Wirkung, es wäre tatsächlich fahrlässig und gefährlich. Denn wie wir ja von medizinischem Botox wissen, darf es nur in der richtigen Dosis an den richtigen Zielort gelangen, damit es sicher ist. Hätte jetzt also dieses Bio-Botox wirklich die versprochene Wirkung, dann müsste eigentlich jeder Käufer dieser Creme eine Schulung vorher durchlaufen, damit der Konsument weiß, wie er dieses Bio-Botox korrekt anwendet, dass es nicht fahrlässig ist. Wie wir wissen, ist das ja nicht der Fall, sondern man kann diese Creme oder diese Serum einfach im Geschäft kaufen und zu Hause anwenden, ohne dass man da irgendwas lernen muss, vorher eine Schulung bekommt oder auch irgendeinen Beipackzettel lesen muss. Bei dem medizinischen Botox würde ich nur Ärzten der ästhetischen Medizin vertrauen. Wenn jetzt also Bio-Botox tatsächlich den beworbenen Botox-ähnlichen Effekt hat, dann müsste eigentlich jeder Käufer dieser Creme ein Medizinstudium absolvieren, um Bio-Botox, das ja so diese beworbene Wirkung hat, sofortige Mimik-Klettung hat, müsste eigentlich eben diese Schulung aufweisen, dieses Medizinstudium absolvieren, um Bio-Botox gefahrenlos im eigenen Haushalt verwenden zu können. Da es diese Schulung der Bio-Botox-Käufer und Käuferinnen aber nicht gibt, ist es eigentlich dann höchst fahrlässig, wenn es dieses Produkt, das ja einen Botox-ähnlichen Effekt hat, eine sofortige Mimik-Klettung und ein Botox-ähnliches Produkt ist, ja zu verkaufen. Also das war jetzt natürlich ein etwas überspitztes Beispiel und ein Gedankenexperiment. Aber ich hoffe, es hat dir erklärt, dass Bio-Botox gar nicht diese Wirkung von dem medizinischen Botox haben kann, denn das Medium ist unpassend und es würde nie an den Zielort gelangen. Und hätte es wirklich diese vergleichbare Wirkung, dann wäre es sogar wirklich fahrlässig, wenn dieses hochwirksame Produkt einfach von Laien erstens aufgetragen wird und an die falschen Zielorte gelangt. Das heißt, hat es diese Wirkung, die ja beworben wird, dann ist es fahrlässig. Und wenn es wirklich sicher ist, dann hat es wiederum keine Wirkung und ist aufgrund mangelnder Wirkung wiederum auch nicht zu empfehlen. Also nochmal zusammengefasst, entweder ist Bio-Botox wirkungslos und kann deshalb gefahrenlos angewendet werden, aber ist eben dann aufgrund mangelnder Wirkung wiederum auch nicht zu empfehlen. Oder zweitens, es hat diese beworbene Wirkung, aber es wäre gefährlich und tatsächlich fahrlässig, wenn dieses hochwirksame Produkt an Laien verkauft wird, ohne davor eine Schulung zu durchlaufen, wie es ja alle Anwender von medizinischem Botox müssen. Ja, es war mir hier wirklich ein großes Anliegen, dass du nicht auf diesen Scherz der Kosmetikindustrie reinfällst, denn Bio-Botox kann aufgrund dieser Punkte, die ich dir hier erklärt habe, gar keine Wirkung haben und hätte es diese beworbene Wirkung, wäre es gefährlich und fahrlässig, so als Privatperson zu Hause anzuwenden, ohne eine vorherige Schulung. Biotulin hingegen ist kein Arzneimittel, sondern ein freiverkäuflicher kosmetischer Wirkstoff, der aus pflanzlichen Bestandteilen gewonnen wird. Er hat leicht örtlich betäubende Eigenschaften. Wie bei einer echten Lokalanästhesie, zum Beispiel beim Zahnarzt, führt eine örtliche Betäubung zu einer leichten Beeinträchtigung der Beweglichkeit der Muskulatur, wodurch kurzfristig maximal für ein paar Stunden eine Pseudo-Botox-artige Wirkung an der Hautoberfläche entsteht. Eine Wirkung an den mimischen Muskeln wie bei Botulinum, also dem medizinischen Botox, darf ein kosmetischer Inhaltsstoff nicht entwickeln, weil die Eindringtiefe von kosmetisch unbedenklichen Wirkstoffen nicht über die Hautschichten hinausreichen darf. Das bedeutet also, dass Bio-Botox kann gar nicht so intensiv wirken wie normales Botox, weil es nicht so weit in die Muskeln hineinkommen darf. Das ist also genau das, was wir auch schon vorher besprochen haben. Das heißt, es ist viel, viel schlauer, wenn du mit Hilfe von Gesichtstraining deine Falten glättest und nicht so teure Cremes, Bio-Botox-Cremes dir sie verkaufst. verkaufst. Das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.